Wie kommt man zu Ruhm und Popularität, meine Damen und Herren? Kann Ruhm gemacht werden? Was spielen die Medien für eine Rolle? Ist Ruhm eine Last oder macht Ruhm glücklich? Wir haben eine rühmliche Runde bei Talk im Turm für Sie heute Abend zusammengestellt. Wir haben Lothar de Maizière hier, den einzig aus freien Wahlen hervorgegangenen Ministerpräsidenten der DDR, den ersten und letzten sozusagen. Wir haben Wolfgang Job, den Modemacher, der die deutsche Mode in die Welt hinausträgt. Wir haben den Musikmanager Fritz Rau, der auf Du steht mit allen Popgrößen dieser Welt. Wir haben Friederike von Stechow, deren Weltkarriere als Marlene ihr gerade an der Nase vorbeigegangen ist. Und wir haben einen Mann, der heißt Wolf Schneider, ein Berufskollege von mir, der versucht ein bisschen am Ruhm der Großen zu kratzen. In wenigen Minuten, meine Damen und Herren, bei Talk im Turm hier in Sat.1. In wenigen Minuten, meine Damen und Herren, bei Talk im Turm hier in Sat.1.